Ja, aber der kommt richtig auf mich zu. Ja, aber das spricht komischerweise nicht. Vielleicht bist du zu weit weg oder so? Vom Wasser? Ja, du stehst auch gegen den Wind. Ja, das was mit gegen den Wind zu tun hat, weiß ich ja nicht. Natürlich nicht. Aber der steuert mich an. Oder vielleicht ist es nur Zufall? Jetzt halt noch mal deine Hand da. Nee, nee, nee. Warte, Moment. Ja, fährt das viel? Ja. Aber der sucht richtig, du. Ja. Jetzt geht aber woher noch hin? Nee, das glaub ich nicht. Dafür sind die zu... Dafür sind hier zu wenig Fische, glaub ich. Ja. 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 Ja.